Du musst halt sehen, wegen Kohle oder was? Oder Zeit? Oh, nö, nö. Wenn ich Spiele haben will, dann kaufe ich es auch. Ja, eben. Das ist eine Frage des Bockes und Zeit. Bei mir ist es eher eine Frage des Geldes, weil ich habe mir in letzter Zeit auch zu viele einfach gekauft. Also es war, ich habe zum Beispiel auch, wie heißt es nochmal, Life is Judel. Ah, okay. Ja, ich glaube, das habe ich auch. Ich weiß nicht mehr, was das war. Nee, hatte ich mir gekauft, aber das Problem war, ich konnte die ganze Zeit nicht spielen. Jetzt erst mit dem letzten Nvidia-Update ging es. Ah. Oh, schade. Ich wollte was versuchen. Ach, komm. Wolltest du auch versuchen, das Loch rein? Moment. Das hätte gar nicht geklappt. Das ist hier alles abgesperrt. Boah, aber unge... Ich bin von der Fahne abgeprallt. Was? Ja, ohne Scheiß. Nee, du bist nicht von der Fahne abgeprallt. Ich bin übers Loch rüber geflogen, indem du da rein wolltest. Der Mutter, ey. Ich hätte zwei gehabt, aber nö. Ich hätte auch fast zwei gehabt. So, ich öffne jetzt einfach da rüber. Einfach, weil ich es kann. Oh, Scheiße. Mach das auch. Huh. Bei mir hat es geklappt. Nein. Ach, nö. Oh, fuck. Ich schaff's doch nicht mit zwei, weil ich... Moment, Moment, bevor du schlägst. Das ist wieder so ungewohnt, jetzt in die Löcher zu treffen. Oh, schon wieder drüber gehüpft, ey. Was geht denn? Ich hab gerade den perfekten Schlag reingemacht. Und du bist drin gelandet? Naja, weil du nicht drin gelandet, aber ich bin runtergerollt. Da ist ja so eine kleine Kuhle. Mhm. Ich hab volle Power gemacht, glaub ich. Ist Felix schon durch? Ja, okay. Alter, was geht denn, ey? Wenn ich... Boah. Also, wie gesagt, ich hab volle, volle gemacht. Genau. Auf, ähm... Hab ich auch, aber dann bin ich drüber. Ja, aber man muss, äh, die Flagge anwesend. Okay, gut, das geht auch. Nein. Aber ich sag's mal so, diese Maps hier, die sind, glaub ich, einfacher als die in letzter Zeit, die wir gespielt haben. Mhm. Hm, leu. Moin. Oh, das war ein bisschen doll. Oh, Gottchen. Nein! Oh nein, ich bin wieder am Anfang. Oh. Oh Mann. Ich hasse es, wenn er übers Doch rollt. Toll, ich kann... Ich kann... Ich kann so die drehenden Dinger, weil man die nicht berechnen kann. Ich wollte gerade sagen, ich konnte nichts sehen, weil der Grabstein im Weg war. Was, man kann die nicht... also ich kann die mal gut berechnen. Nein, aber der Grabstein war optisch hinter mir, deswegen. Also ich meine ja die drehenden Dinger. Achso. Das ist mies jetzt. Das hatte ich aber auch. Oha, wo kamen denn die ganzen Schläge her? Naja, dieses Drehkreuz am Anfang. Ah. Äh. Und ich bin dann einmal nochmal von der Brücke runter. Und musste nochmal durchs Drehkreuz. Ich glaube, die Bäume machen nichts. Ich hätte fast ein Hole in One gemacht. Fast. Ich war genau vor dem Ziel. Oh. Was für eine Wissscheiße, ey. Och. Äh. Och. Hoch. Hoch? What? Äh. Äh. Ich bin hinter dem... Okay, jemand hat mich geschubst. What? Was ist das? Was ist das denn, diese Scheiße? Ey, komm, du hast mich wieder rausgekickt. Warte mal, warte mal, warte mal. Du kleiner Wichster, ey, sauer. Ey, du hast mich wieder rausgekickt aus dem Loch. Ja, aber wenn ich... Oh, zum Glück bin ich dringend gelandet, ey. Oh. Holy One! Oh! Oh! Das war lächerlich. Ich dachte, man würde jetzt noch fallen, wenn man voll durchzieht. Achso. toll mit einem schlag zu spät oh gott was so einfach mal okay die dorian hat mich sonst wohin geschleudert ich sehe das loch ja ich auch jetzt liege ich zu dass ich nicht mehr weiterkomme ich sehe nichts in der mitte ist das loch ich habe kommen ich dachte dass wir unten und es gibt eins oben es gibt eins unten das in der mitte was es deckt man drüber nach es gibt noch unten aber das in der mitte echt jetzt äh ach so oh nein glück gehabt fuck das ist doch eine miese scheiße ich habe es mit zwei schlägen geschafft aber dann plötzlich um zwei millimeter drüber gehauen was hinten sind dann noch mal ja okay das ist fies das ohne mich na toll ach so die waren die sind echt fies das gibt es doch nicht ja das habe ich auch gemacht oh ja ich hätte es mit zwei geschafft aber ich bin um einen millimeter drüber gerutscht beim zweiten schlag okay das war falsch wo genau richtig oh ich habe es mit zwei schlägen ooooh fast ooooh fast noch mal jiss öhrelich und Pentrow schlägen bitte nicht solche das war eigentlich einfach ja was ist das passiert wo willst du denn schon wieder ich finde das mies dass du nicht von da oben runter schlagen kannst andere müssen ja auch aus dem sand rausschlagen ja aber das golf das ist hier mini golf oder ja ist egal wir machen neue regeln okay ab durchs loch also wie select das hier es leckt echt heftig oder oder es ruckelt so hart das ist sowas von hart hier sind es diese zielscheiben auf der anderen map geleckt alter ok der schlag war gut ich bin mit einem schlag jetzt durch aber halt jetzt beim dritten leider mich hat ja mich hat das scheiß auge aufgehalten das hätte ich auch mit einem schlag geschafft ok was waren hier los das war auch schon ein bisschen geleckt das hatte ich aber nicht ja ich kann das auch erst am ende nein oder hier oben wo ich bin kann ich nichts mehr machen muss tatsächlich runter wo muss man denn hin rüber springen macht da also oh ganz drüber ok oh zwei fliegern grells verpiss dich da ja wo soll man denn da hin rüber springen ja über den zaun nicht gar nicht doch die erhöhung ist ja äh nicht so nicht zu weit wie nicht zu weit einfach nur durch den zaun durch ja ach ok das habe ich die ganze zeit gar nicht gesehen ja ab und zu muss man raussuchen ich habe da hinten weißt du da hinten ist ja auch noch so eine ja ich sehe es ich habe die ganze zeit gedacht da muss man hinspringen und ich dachte das geht doch überhaupt nicht oh gott ähm wo muss man hin nein nicht so dummisch oh nicht zu doll ja und dann muss man auch noch timen fuck man oh alter ich stehe auf der Kante siehst du das chris ja wirklich auf der Kante ne auf der Kante das ist so mies oder ach komm kennst du diesen Moment wenn du an deinen Monitor rütteln möchtest um den den Tilt zu schaffen den Tilt zu schaffen mhm ach 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 dann stimmt das Timing beim zweiten nicht und beim dritten auch nicht natürlich nicht oh nein nein ich will wieder ich dachte grad du hättest hab ich rausgekriegt gespannen hm hihihi komm mal aus dem Kürbis rausgeflogen und dann direkt ins Loch hey wow dorian da ist guter am Start oh oh das sieht gefährlich aus das war gar nicht so schwer nee oder ich bin ja ich fühle mich irgendwie beobachtet ich weiß nicht warum was diesen nur optisch alter nein diesen man kann die wegschießen ach so ich dachte du meinst man kann durchschießen oh gott bitte nein und dann sind da unten auch noch ganz viele davon ja so einfach drüber ja toll danke weg blockiert du spacken geht's denn überhaupt lang da war durch da jetzt bist du wieder am anfang war das ja andere richtung was die andere richtung andere richtung von dem gang das ist am anfang aufbickt euch doch in moschee so er hat es doch gesagt andere richtung das musst du es mit einem schaffen ja ich bin vorne das spieß drehen wo spieß spieß rippen und ab ins bad und das sind körpers ich wollte gerade sagen das sind das ist knoblauch perfekt und das ist eine decke oh cool man ey das ist nervig die decke ja muss man schwach schlagen kannst du auch gar nicht anders da war wohl zu schwach kick na komm äh läuft easy ha ich bin wieder vorne ha du hast gewonnen oh ist schon vorbei okay hör mal ganz kurz auf den klo studie